Hallo und herzlich willkommen meine Ladies und Gentlemen zu einer neuen Folge TechPack Opening. Ich habe hier ein paar Pakete, die schon so ein bisschen halb geöffnet sind, beziehungsweise schon manche auch ganz ausgepackt sind, aber ich möchte euch das trotzdem zeigen, weil das halt eben ja teilweise Erweiterung meines Equipments ist und Sachen sind, die ich wirklich echt gut fand. Zum Beispiel hier das erste, ich habe hier die ganze Zeit ein Gemini Mischpult benutzt und jetzt habe ich mir mal hier von Behringer eins besorgt, und zwar hier das ProMixer DX626 und das gefällt mir als Mischpult wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das habe ich hier hinten, um quasi halt die Quellen, also meinen Hauptrechner, meinen Streamingrechner und hier eben auch meine Alexa-Soundquelle eben miteinander zu vermischen, falls ich mal Musik höre oder eben den Spiele-Sound von dem einen oder vielleicht, falls ich mal bei dem anderen ein Video gucke und da kann ich das alles ein bisschen lauter, leiser machen, ein bisschen hier noch Equalizer-mäßig Bass reindrehen, die Mitten, die Höhen, die Tiefen und so weiter. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Und man kann hier auch Kopfhörer anschließen, das heißt, ich kann quasi alle drei Soundquellen auf einen Kopfhörer mir somit umleiten, was zum Beispiel, wenn ich am Streamen bin, echt mega praktisch ist. Also das ist auf jeden Fall schon mal etwas, was ich empfehlen kann, habe ich auch schon getestet, nur, wie gesagt, ich wollte euch das hier nochmal im Tech-Back-Opening kurz zeigen. So, das erst mal auf die Seite. Ja, dann habe ich hier noch so, ich weiß nicht, ob ich das euch verlinke, einfach hier so ein WS2812 LED-Stripe, weil da möchte ich halt, ja, mein Miniatur-Smart-Home-Projekt weiter mit vorantreiben. Und das hier ist etwas, was ich auf jeden Fall verlinken werde, weil das finde ich mega cool. Und zwar ist das hier so ein bisschen, ja, verschiedene Kabelfarben. Ich glaube, was jeweils so und so viel Meter, 20 Meter oder sowas, glaube ich, jeweils, 0,2 Millimeter mit Silikon und, wie gesagt, verschiedene Farben, weiß, gelb, braun, blau, rot, grün und schwarz. Also wobei rot und schwarz wahrscheinlich für mich am wichtigsten sein wird, wobei auch die anderen Farben durchaus zum Einsatz kommen für mein Miniatur-Smart-Home. Und das finde ich auf jeden Fall mega, mega cool, dass man das hier einfach dann so, die Verpackung hat, man quasi hier innen drin sind dann die ganzen Rollen. Und dann kann man einfach hier sich so sein Kabel so rausziehen, wie man es braucht, abschneiden. Und dann hat sich die Sache. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Genau. So, was haben wir hier drin? Hier haben wir von Novo oder Novu, wie auch immer man das ausspricht, einen neuen Port-Hub quasi hier für USB. Also es wird quasi mit USB-Typ C angeschlossen. Und dann hat man da einen VGA-Anschluss dran, einen LAN-Anschluss dran. Hier ist noch ein HDMI-Port dran. Okay, krass. Ein USB 3.0, noch ein USB 3.0. Und weiß nicht, ob auf der anderen Seite auch noch was ist, aber hier so ein 9 in 1 Aluminium-Multiport. Habe ich tatsächlich aktuell noch keine Verwendung, aber die Firma hat mich angeschrieben und ich habe gesagt, jo, schick halt zu. Zeige ich im Take-Back-Opening einmal kurz. Und die haben, ich habe aber gesagt, dafür, dass sie mir das zuschicken und dafür, dass ich das quasi zeige, sollen sie mir bitte noch was anderes zuschicken, was ich bei denen im Amazon-Store gesehen habe. Und ich glaube, das befindet sich hier drin. Ja, genau. Und zwar ist das etwas, was ich eher gebrauchen kann tatsächlich. Und ja, das ist auch etwas, sowas kann ich eigentlich immer empfehlen, sich sowas mal zu besorgen. Da habe ich jetzt schon verschiedene vorgestellt, von Blitzwolf und von hier der große blaue, weiß jetzt nicht, was das für eine Marke nochmal war. Da werde ich auch, ich mache irgendwann auch nochmal ein separates Video, wo ich die alle mal in einem Video zeige. Und zwar ist das hier auch von Nouveau so eine Powerstation, sage ich jetzt. Das heißt, ihr habt hier quasi so Steckdosenanschlüsse ganz normal, Steckdose, USB, also AC, DC und USB. Ihr könnt das Ganze hier auch mit DC Input, also einmal ganz normal mit einem Netzteil über eure Steckdose könnt ihr das dann quasi laden, könnt dann mitnehmen. Es hat 296 Wattstunden, also einfach quasi, ja, keine Ahnung, beim Camping oder beim Zelten irgendwo oder sowas mitnehmen. Dann habt ihr quasi immer Strom dabei. Könnt ihr auch hier einfach theoretisch eine Mehrfachsteckdose ranmachen. Man muss halt eben nur gucken, was man halt da dran packt. Also ich denke mal so Sachen wie Laptop, Handyladen und so wird immer ohne Probleme möglich sein. Aber wenn ihr zum Beispiel, ja, etwas, sowas krasses wie, keine Ahnung, eine Mikrowelle oder wobei Fernseher geht eigentlich auch fast immer, weil die brauchen auch relativ wenig, sollte wahrscheinlich auch hier mitgehen. Aber wie gesagt, das werde ich vielleicht nochmal in einem separaten Video testen, weil inzwischen habe ich hier von mehreren Firmen so Geräte da. Und, ja, die kleineren, die nehmen sich alle eigentlich gar nicht viel und die größeren, die ich habe, also das Stärkste, was ich habe, hat 1200, ähm, ähm, also Power, 1200 Watt Power. Das heißt, da kannst du halt auch schon mal, keine Ahnung, ein Rechnersystem oder sowas, also, keine Ahnung, euer Gaming-Setup mit Monitor, Tastatur, Rechner, etc. pp. Wie einfach mitten in der Pampa irgendwo im Feld, im Wald oder so, äh, Vollgas geben, könnt ihr dann eine Runde zocken. Wenn ihr euer Handy dann noch als Hotspot oder sowas aufmacht, dann könnt ihr da sogar online gehen und, keine Ahnung, streamen aus dem Feld oder so. Mega cool. Ähm, das geht mit so kleineren hier natürlich nicht. Wie gesagt, äh, mein großes hat auch, also das, was 1200 Watt hat, das Teil hat, äh, ich glaube, 1800 Wattstunden. Also, da geht auch schon von der Zeit her einiges. Aber, wie gesagt, ich habe denen gesagt, dafür, dass ich das hier kurz zeige, möchte ich auch das hier zugeschickt haben, weil das eher für mich interessant ist und vielleicht auch eher für euch interessant ist. Mal schauen. Äh, hier haben wir dann noch so ein typisches China-Paket, I guess. Das ist so, dieses, dieses typische, äh, wir, wir, wir wickeln es mal komplett in, äh, in, ähm, ja, in Klebeband ein. Ähm, das ist häufig so bei China-Paketen. Ah, was haben wir denn hier drin? Oh, guck mal hier, ganz viele weitere, äh, LED-Stripes. Und zwar sind das tatsächlich nur die LED-Stripes ohne die Netzteile. Das finde ich aber ehrlich gesagt nicht so, ah, okay, 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 doch. Hier sind die LED-Stripes und hier habe ich die, äh, Controller separat. Okay, okay. Also hier ist quasi immer der Controller und hier ist der LED-Stripe. Immer, wie viel müssten das, ich glaube, ja genau, das ist jetzt hier ein Meter. Immer ein Meter, ähm, ja, für verschiedene Projekte halt einfach, sind hier ganz viele einfach so drin, äh, also ganz paketvoll. Weil so LED-Stripes kann ich immer für verschiedene Projekte brauchen. Ihr habt es zum Beispiel gesehen, ähm, wo ich das Tutorial euch gezeigt habe, wie man, äh, in, ja, so eine schöne Spiegelfliese sozusagen macht. Also einen Spiegel von hinten mit dem Laser bearbeitet, dass da quasi ein schönes Logo oder sowas drin ist. Das Ganze dann in einen schönen Holzkasten reingepackt und, äh, ja, halt hinten in dem Holzkasten LED-Strip drin, per USB einfach. Und dann könnt ihr das einfach mit der Fernbedienung dann steuern, in welcher Farbe auch immer ihr wollt. Ist, ist eine coole Sache, finde ich. Und, ähm, ja, gucken, was hier drin ist. Also ich habe ein paar Sachen, habe ich bestellt, ein paar Sachen habe ich so zugeschickt bekommen. Also weil, zum Beispiel das Behringer, das habe ich mir selber gekauft, ganz normal. Ähm, das Kabel habe ich mir selber gekauft, die LEDs habe ich mir selber gekauft. Oh, ja gut, das brauche ich euch nicht verlinken, ein Nutella-Glas. Ich habe mal wieder Lust auf Nutella und, ähm, ja, ich, das war so. Natürlich hätte ich es auch beim nächsten Einkauf beim Rewe mitnehmen können, aber das war so nachts um, keine Ahnung. Ich hatte Hunger, ich hatte Heißhunger und da war es gerade bei Amazon, glaube ich, im Angebot und dann habe ich gedacht, komm, komm, jetzt bestellst du halt mal so ein Glas. So, was haben wir hier drin? Ah, perfekt, weil ich möchte demnächst auch hier so ein paar Schlüsselanhänger machen. Habe ich jetzt hier auch, ähm, so, ja, Karabinerhaken in verschiedensten Farben einfach, äh, die man dann so für Schlüsselanhänger gut gebrauchen kann. Habe ich mir auch selber bestellt. Gucken, was haben wir hier noch so drin? Ich habe auch noch irgendwo, müsste ich so Ösen haben, die ich bestellt habe. Hier haben wir so Buch, äh, Buchschrauben. Die brauche ich auch noch für Schlüsselanhänger, weil ich halt noch, äh, darauf warte, dass ich etwas, äh, dünneres Leder, weil hier mit dem 4mm Leder, ist zwar zum Gravieren und so mega cool, aber schneiden ist, äh, mit dem Laser bei, äh, nach 4mm Stärke von diesem Rindsleder, was sehr robust ist, äh, echt schwierig. Das wird halt eher mehr gekokelt außenrum. Deswegen habe ich, ähm, bin ich jetzt dazu übergegangen, mir das sozusagen nur anzumarkieren mit dem Laser, wo ich quasi schneiden möchte. Oh, okay, die sind doch vielleicht ein bisschen groß. Da habe ich vielleicht nicht so ganz überlegt. Ich habe, äh, okay, ich brauche, denke ich mal, eher kleinere. Äh, äh, ich, äh, das sind sehr große Schlüsselringe. Ähm, okay, Fehlkauf, auch das ist mal in Ordnung. Äh, ich werde mir, ja, ich habe halt nicht nachgemessen, sondern einfach bestellt. Und, ähm, ja, schauen wir mal, was hier drin ist. Ich wollte eigentlich normale, so Schlüsselbundringe. Perfekt. Hier habe ich mein, äh, Schlagset. Ich gucke noch mal ganz kurz, was hier drin ist, weil dann kann ich das hier gleich noch am Ende des Videos hier einmal ganz kurz machen. Das sind, ähm, so Ösen, weil ich habe hier quasi 14 Millimeter schon ein Loch quasi reingemacht mit dem Laser. Und da soll aber noch so eine Metallöse rein, weil ich da jetzt einfach nur in das Leder so das reinmache. Klar, bei 4 Millimeter, das ist relativ robust. Aber erstens mal finde ich, es sieht schöner aus mit so einer Metallöse drin. Und zweitens ist es natürlich auch stabiler. Und hier haben wir perfekterweise Leder drin. Und hier ist noch so ein... Ah, ist das meine, ist das meine Brille, meine Brille für den CO2 Laser? Ja mei, ja mei. Hä, warum ist denn da ein Kabel dabei? Achso, das ist kein Kabel, das ist zum Festhalten. Das hier ist eine Schutzbrille für den CO2 Laser. Ähm, äh, extra für die Wellenlänge von so einem CO2 Laser. Damit da, äh, gerade weil wenn man nämlich ein bisschen mit Leder arbeitet, sollte man öfter mal in den Laser reinschauen. Äh, und das auf jeden Fall nur mit so einer Schutzbrille. Weil Leder halt dazu neigt, mal so ein bisschen, ja, zu brennen. Ne, das kann halt mal so ein bisschen ankokeln. Und da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein. Auch hier, das ist quasi Leder, ist ein Kilogramm Leder. Das habe ich mir bei Amazon bestellt. Ähm, es sind verschiedenste, äh, Leder-Sachen. Hier auch vielen Dank für den Kauf. Äh, hier mit einem schönen Gummiring zusammen. Das sind einfach verschiedenste Lederarten. Hier haben wir so ein bisschen, ja, so ein dunkles Leder, so ein bisschen braunes Leder mit verschiedener Textur. Äh, hier ist so ein gräuliches Leder. Hier hinten ist das sogar so grün. Auf jeden Fall alles Leder, kein Kunstleder. Das ist echt, echt Leder. Ähm, das war mir halt wichtig, weil Kunstleder unterm Laser, mh, ich weiß nicht. Und, äh, ja, hier habe ich auf jeden Fall verschiedene, auch hier verschiedene Dicken teilweise. Ähm, kann man mal verschiedene, ja, Schlüssel. Schlüsselanhänger oder, äh, irgendwelche coolen Sachen kann man da safe auf jeden Fall mitmachen. Und, ja, Leder. Ähm, packe ich wieder hier rein, damit das immer schön frisch bleibt, sage ich jetzt einfach mal. Oder damit da halt nichts drankommt. So Leder, äh, ja, das als Material für den Laser. Weil ich möchte halt auch noch ein Video machen, wo ich verschiedene, naja, ich packe das jetzt einfach so hin. Ich möchte ja auch noch ein Video machen, wo ich euch verschiedene Materialien zeige, die ich mit dem Laser so bearbeite. Ich habe jetzt sogar geschafft, Glas zu schneiden. Also, es war kein Glas, sondern es war eigentlich ein Spiegel. Aber halt ein Spiegel steht hier aus Glas. Da ist ja nur eine kleine Folie halt hinten dran. Zwei Millimeter dick. Und, ähm, ich brauchte nämlich für so ein, für mein Miniatur-Smarthome einen kleinen Mini-Spiegel. Und ich habe mir gedacht, komm, probierst du es einfach mal. Wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann ist es halt so. Und, ähm, es hat auch tatsächlich nicht wirklich geklappt, sondern es war eher so ein, ja, okay, ähm, es wurde halt mehr geschmolzen oder es ist gesprungen oder wie auch immer man das nennen mag. Es hat aber irgendwie kind of funktioniert, sag ich mal. Ähm, ich musste dann den Rest so ein bisschen rausbrechen. Jetzt ist die Frage, welche, welche Farbe nehmen wir jetzt hier dafür? Das hier sieht eigentlich sehr cool aus oder das hier? Hm. Entweder das hier oder das hier. Ich glaube, das hier finde ich tatsächlich cooler. Also nehme ich es auch. Ähm, sind halt so Ösenringe sind das. Ein, da braucht man ein Unterteil und ein Oberteil. So, und dann hat man hier diese Werkzeuge. Boah, der Testing ist total kaputt hier. Ist total zerfällt es ja gut. Diese Werkzeuge wiegen auch einiges. Ähm, und hier, das ist dafür da, damit man hier quasi das passende Loch rein macht. Ähm, ja, Loch ist aber sozusagen schon da, sag ich jetzt einfach mal. Kann mal ganz kurz gucken. Ähm, ich bräuchte einen Hammer mal dafür ganz kurz. Den habe ich hier. So. So, einmal fest hier drauf und zack. Dann hat man hier so eine, ja, richtig schöne Öse einfach drin. Von beiden Seiten hält. Ähm, ja, ist aber halt ein bisschen, das muss man da auch dazu sagen, es ist halt ein bisschen, ähm, knapp bemessen. Könnte man, glaube ich, so behaupten. Ja, knapp bemessen. Das ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Weil, ähm, ja, es ist halt einfach, äh, 4 Millimeter Ösen und es ist 4 Millimeter Material. Es ist halt wirklich, ja, knapp. Knapp ist, äh, denke ich mal, das richtige Wort. Aber es hat halt funktioniert. Sieht schön aus. Und, äh, ja, damit möchte ich auch hier das Take-Back-Opening-Video beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Schaut in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Und, äh, lasst mir gerne nochmal einen Kommentar da. Und hier könnt ihr das nochmal sehen, was ich jetzt hier gerade so, ja, gemacht habe. Hier, wie gesagt, haben wir jetzt schön hier so die Öse drin. Bin halt da noch kein Profi drin, da vielleicht muss ich da noch ein bisschen, äh, mehr üben. Aber, ja, sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr schön aus. Heaven for everyone. Das ist so ein, ja, wer Freddie Mercury kennt, der weiß, was das ist. In diesem Sinne, äh, abonnieren, Glockeraktivier nicht vergessen. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal.